Und? Was will ich sagen? Hallo! Wir sind auf dem Weg zu JP, um das nächste Video zu drehen. Aber vorher mache ich mal dieses Paket hier auf, das ich bekommen habe. Mal schauen, was sich da drin befindet. Was das wohl ist? Wir schauen es uns mal an. Wow! Das ist das Filmplakat von unserem neuen Kurzfilm, Twisted Dishonesty, das wir die letzten sechs Monate produziert haben. Und der läuft im Juffie 2014 am 5. Dezember im Metropole Stuttgart. Kommt rein, seid dabei, wir sehen uns im Kino. Gleich geht's los. Vorher Sachen packen, einmal die Softbox, dann die Glühbirne, dazu gehören wir Stativ, diese Kamera und das Stativ, wo hier draufsteht. Also, tschüss! So, jetzt geht's auch gleich los. Ich hoffe, ich bin nicht unscharf. Jetzt würde das ganze Video nämlich gar keinen Sinn machen. Kommt niemand? Äh... Ach, doch! Hallo! Wir sind da! Was machst du jetzt bei der Kamera? Komm rein! So, wir haben abgedreht, yo! Es war ein sehr langer Drehtag, also ich mein, war's heute morgen um vier da und jetzt ist 17 Uhr 21. Ja, was machen wir jetzt? Was sind unsere Pläne? Äh... Unsere Pläne sind... Erstmal noch fett im Kino starten. Darf ich schon kurz mal ein Filmplakart einblenden? Ganz ehrlich, das ist voll anstrengend, so die Kamera zu machen. Ich mein, wir sitzen ja schon... Zort mal! Schon 13 Stunden und drehen für den perfekten Vlog. Ein Vlog von oben, das hat noch niemand gemacht. Ja gut, äh... Jetzt zocken wir jetzt. Roman, ich packe dich da jetzt ein. Nee, okay. Doch, ich packe dich da jetzt ein. Kommst bitte! Ich packe dich da jetzt ein in das Ding. Ja? Hast du verstanden? Ja. Du hast mich eingepackt. Ich hab dich eingepackt, dann soll ich dir wieder auspassen. Aldo. Tschüss.